Der Mann von Welt, der liebt von Understatement normalerweise. Wir sind ja wandelnde Litfaßsäulen heutzutage geworden. Ihr supportet den Scheiß und noch die Kinder, gehen mit zehn Jahren zum Vater und sagt der kleine Moritz, Papa, wann kriege ich denn meine Rolli? Das ist ja fürchterlich. Die Leute laufen ja rum wie Werbeschilder. Da steht ja vorne dick was drauf und die laufen auch rum wie Werbeschilder für die Firmen. Das ist ja total hirnrissig eigentlich, ne?